Als ich unsere Tochter nach der Geburt aus dem Krankenhaus abgeholt habe, war das ein fantastisches Gefühl. Sie war so klein und zerbrechlich. Natürlich war ich auch ein bisschen nervös, aber ich habe mich unglaublich gefreut. Klar habe ich mir vor unserer ersten gemeinsamen Fahrt viele Gedanken über die Sicherheit gemacht. Aber sie war ganz entspannt und hat ihre erste Fahrt richtig genossen. Als wir dann zu Hause angekommen sind, war das für alle ein toller Moment. Jetzt freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit und viele neue Erfahrungen und natürlich darauf, dass die Reise durchs Leben endlich losgeht. Der neue Baby Safe Eyes Eyes von Britax Römer.